In etwa 30 Sekunden wird sich der Himmel mit den gefährlichsten Tötungsmaschinen verdunkeln, die das Universum kennt. Ich weiß, dass Sie sich nicht für wichtig oder wertvoll halten, aber im Moment sind Sie und meine Pilotin die wichtigsten Marils, die wir haben. Also, bewegen Sie Ihren Arsch hier weg! Los! So, gehen Sie zur Zentrale und helfen Sie, den Angriff abzuwehren. Na toll, 100 Xenos. Und wir sind derzeit zu dritt. Okay, das heißt, 33 Stück vor jedem. So, der Neil, der hat schon angefangen. Wobei die 100 auch nur geschätzt waren. So, warte mal, kann ich hier nicht... Lalalala, steh mal hier mittendrin im Weg. So, na toll, wieder keine Rüstung. Schaut mir den wieder gleich gut an wie der letzten Mission. Na, komm mal, klettert der da hoch. Oh. Oh. So, ich sag mal, die Maschinenpistole gefällt mir eigentlich so ganz gut. Vor allem, wenn die Gegner nah genug dran sind. Dann ist es mal gar nicht so schlecht. Aber wir müssen halt schon doch eine gewisse Rechtwerte an mir dran haben. Jo, jo, jetzt nicht. Na, ich bin auch schon unterwegs. Oh, nee, da drüben ist es gehabt ein Geschütz. So, das kann ich aber eigentlich umdrehen. Das ist so ein Geschütz. Oh, ja, sehr schön. So, das Geschütz macht eigentlich jetzt gerade ziemlich sehr viel. Wir können ein bisschen zuschauen. Ist ja mal lässig. Oh, Neil chillt auch eine Runde lang. Okay. Schoss hat das Teil noch? Oh, 380 oder so. Das passt doch. Aber komm, da sind schon richtig viele. So, dann ist das Geschütz mitnehmen. So, warte, ich nehme es mal eine Runde lang mit. So, okay. Wenn Sie Ihr Radar verbinden, schauen Sie drauf und geben Sie alle Positionen durch. Ja, toll, wie kann ich Positionen durchgeben? So, hier sind wir durch. Ach, toll, hier kann ich aber nicht aufmachen. Deshalb stelle ich das einfach mal hier auf. Keine Ahnung. So, machen wir mal hier Slamschen an. So, einmal Kontakt. Okay, ist wieder weggegangen. Super. Oh, wen haben wir hier? Oh, na toll. So, hier haben wir drei Marines. Oh, alles klar. Was mir den nicht angezeigt hat auf dem Radar. Oh, hallo. Kommen Sie alle. So, darum geht es gar nicht weiter. Oder doch. Ah, hier hinten rum. Ach, der ist ja eingesperrt. Sag es doch gleich. So, und hier geben wir mal Deckung. Beziehungsweise, der ballert hier ein bisschen rum. So. Hallöchen. Puh, okay. Und Dankeschön wäre auch angebracht gewesen, aber... Egal, Kollege. Passt schon. Wow, 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 wow. Hallo? Hallo? Ist wie schon tot? Ey, hier waren wir doch schon mal. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder in der Station da. Nein. Hier bin ich schon mal gestorben, ey. Will ich nicht nochmal sterben? So, guck, hier rennt noch nicht rum. Und der kniet gerade ein bisschen rum. Der Clark. So, was sollen wir machen? Wir sollen wohl noch da hinten den Marine retten. Toll, darf man nochmal hier raus. Wahrscheinlich O'Neal? So, aber dafür geht Clark mal mit. Keine Ahnung, wer das ist, aber egal. Na komm, wo ist er hin? Na komm, versteck dich nicht. Wow, 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 wow. Nein. Come on. Nein. Boah. Uh. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den noch mit der Pistole wegnatze. Oh, Mann. Mayo. Oh, Mayonnaise. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ich kümmere mich schon drum. Na ja, toll. So, der ist schon wieder rausgekrochen. Danke. Jo, bitteschön. Der Schnittmann, der bedankt sich wenigstens. Die ein, zwei. Obwohl, ne, der eine glaubt nicht. Der andere glaubt schon. So, nun sollen wir wieder zurück zum Cruise. Auah, Feuer. Eigentlich wollte ich drüberspringen, aber das hat nicht so ganz geklappt. So, der Cruise ist aber doch irgendwo unten. Ah, hier kommen wir auch runter. So, und der Neil? Keine Ahnung. Oh, hallo. Okay, hallo. Ich bin schnell da hingekommen. So, okay. Macht er die Türe auf? Könnte ich, glaube ich, das Geschütz mal mitnehmen. Ich nehme es mal mit. Ich weiß ja nicht, ob ich das noch groß gebrauchen kann oder so. Aber wenn dann ein paar, viele Viecher kommen, dann ist das Geschütz eigentlich schon ganz nützlich. So, wir müssen, glaube ich, hier rein irgendwo. Kann man da durchkriechen oder ist da eine Scheibe? Ah, toll, ich kann mit dem Geschütz nicht kriechen. Oh, okay. Oh, meine Türe. Da richten sie eine Verteidigungslinie. Okay, von wo? Weiß nicht, kommen die vielleicht von hier oder? Ich stelle das Geschütz mal hier auf. Ach nee, da hin? Ist das ein neues Geschütz oder? Boah, jetzt haben wir zwei. Okay, wo soll ich das hinstellen? Die Treppe, okay. So, der Geschütz kann losschießen. Da ist ein Gegner vor dir. Aber egal. Ja, toll, wir müssen einfach alles überprüfen. Ich sag's doch mal so. Das ist das so ein Ding. Munition. Noch einmal komplett. Okay, sehr schön. Wow. Hallo, wer hat da geschossen? Irgendjemand hat auf mich geschossen. Ich weiß nicht, ob die Geschütze so super aufgestellt wurden. Aber guck mal hier, kommen sie alle raus. Wir fahren da hinten immer. Kann das sein? Nee. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ich bin da reingegangen. Was, 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 woher? Oh, das sind gleich zwei. Noch einer unten, noch einer unten, noch einer unten, noch einer unten, noch einer. Ich glaub, das waren aber schon mehr wie hundert. So, was ist da oben eigentlich? Schau mal hoch. Oh. Ja, ich seh's. Oh. Der kommt da rausgekrochen. Oh, hier kommen sie gerade alle. Geh mal runter zu meinem Geschütz. So. Oh nein, das ist leer. Okay, das andere. Das hat noch... Zeig mal. Okay, 260 Schutz. Ich werde mal hinter dem stehen. Das ist eigentlich ganz gemütlich. Oh yeah. Das sind die zwei Kollegen. Hier. Na, super. Wo hat er sie hingeschickt? Wow, wow, wow. Das hört sich aber ein bisschen größer an. Warte, ich stelle sie mal kurz hier auf. Vielleicht kann ich die Ausrüstung hier mitnehmen. So, und dann wieder das Geschütz mit. Na komm. So, schön. So, ich glaub, hier kommen gleich ein paar Xenos. Oh ja. Nie gerufen. Oh, ho, ho. Okay. Warte, ich brauche ein bisschen was Größeres. Das hat er oben wie so'n Panzer oder so. Oh. Ja, dankeschön. Immer auf mich, ey. Also das Geschütze ist schon leer. Nein, ich hab keine Granaten mehr. Also eine Granatenwaffe zumindest mal. Habe ich irgendwie rote Sachen an und spiel Toro oder so? Oh, oh, oh. Nein. Das war so langsam. Guck mal, der Kleine geht halt auch noch auf mich. Richtig geil. Das war eigentlich nicht so geplant, dass ich der Föder spiel. So, ich lass ihn mal ein bisschen ballern und ich renne mal in die Runde. Mach mal den Kleinblatt. Sehr schön. Ai, ai. Wow, alter. Ich wollte gerade ausrechnen. Okay, jetzt brauche ich ein Medipack. No. Kann ich mal aufstehen. Jetzt brauche ich ein Medipack. So, ich schaue mich mal kurz eine Runde um. Wir müssen auch immer so ein bisschen im Zickzack laufen. Wow, wow, wow. Na, auch noch die Kleinen. Und der Große. Na toll, die sind da hinten. Jetzt sollten wir schon ein bisschen helfen. So. Alter, hier liegt halt gar nichts. Das gibt es doch nicht. Da liegt eine Leiche. Na, super. Hilft mir auch viel. So, warum schießen die nicht mehr? Toll. Da ist das Viech nicht mehr sehen. So, ja. Haben wir es abgehängt. Haben wir hier einen Block und... Dann haben wir das Ganze abgehängt. Oh, ich hänge an der Kiste. Oh. So eine kleine Kiste haltet mich auf. Oh. Erstaunen. Sehr schön, Kollegen. Dankeschön. So, jetzt haben wir... Oh, 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 oh. Hier noch so einen kleinen... Alter, der darf mich jetzt nicht töten. Gibt's doch... Alter, wird ihn verarschen. Der große geht down und der kleine macht mich down. Na, super. War auch toll. Wo war plötzlich O'Neill und Cruise? Sind ein bisschen rumgecruised. Wie ist die Wie ist die Hand? Vielen Dank.